Willkommen Leute zu einer neuen Runde Hardcore Games! Diesmal ist mit dabei der Schweini! Hallo, na? Willkommen! Wir beide spielen mit dem Kit Cultivator, das heißt wir werden ein bisschen rumtrollen. Einige kennen es vielleicht noch damals von euch, dass man am Feast immer, ja, die bisschen getrollt hat, indem man die Saplings unter den gesetzt hat und dann sind die in den Bäumen suffocated. Mal gucken, ob wir das auch jetzt so hinkriegen werden. Mal schauen. Auf jeden Fall sind wir beide das Kit und testen es mal aus. Soll ich mal so ein Bäumchen und dann... Machst du Steinschwetter mit wieder, oder? Ja, ich mach Steinschwetter mit. Ist es besser, dass wir Bäume abbauen oder dass wir Blätter abbauen, um die Setzlinge zu bekommen? Erstmal Bäume, oder? Also wir können ja Saplings kriegen eh danach so unmaß. Dieser vergesse ich aber nicht den Steinschwetter zu machen. Einmal reicht, bitte. Einmal reicht. Ja gut, es sind 25 Leute auf dem Server. Müsste eigentlich passen von der Anzahl her. Hatte nur 7 Sippen, aber ich hab schon Sätze. Ich sehe dein Schwert, bitteschön. Vielen Dank. Ich höre noch ein paar Pilze hier. Würde sagen wir mir direkt handeln, oder? Ja, würde ich auch sagen. Weil die sind alle hier in diesem Biom drin. Keine Ahnung wie das heißt. Das ist ja so ein Custom-Ding. In den Kisten, hast du mal die Kisten angeguckt. Da ist richtig der Müll drin eigentlich, die ganze Zeit. Warte, ich hab da einmal reingeguckt. Da war irgendwie so Gravel und so drin. Keine Ahnung, ob überhaupt alles drin sein kann. Soll ich dir helfen? Nee, nee, geht schon. Hier sind zwei irgendwie in einem Loch. Also ich töte ihn mal kurz. Hab sie. Ups. Ja. Warte, ich bin grad im Lady. Der leckt. Ja. Ja, ich hab einen. Ja, meiner hat geleckt. Den hab ich. Da ist ein Stegi-Skin. Na du? Na du? Na du? Ah! Oh nein! Stegi, du hast ja aber nicht töten, Mensch. Ja, ich komm mal zurück. Ist das wie dieser Breitkreuz? Äh, nee, das ist so ein Marikoso oder so. Oder Marisko? Ne, Marisko so rum. Ja, wo warst du denn eben? Bist du eher so... Ja, ich bin immer auch da, wo wir die Sachen gecraftet haben. Vielleicht ein bisschen da an der Wüste. Ah, okay. Dann kommst du zurück. An der Wüste seid schon an. Ach, da kommt noch einer. Wie viele Leute hier einfach kommen. Erst kämpf ich gegen Stegi, jetzt darf ich gegen Bob der Baumeister. Ja, ganz toll. Mensch. Hä, ich verstehe. Heißt der Pixel Life? Oder wie heißt der? Gegen den du kämpfst? Gegen den ich jetzt kämpfe, heißt BVP125. Hä? Aber ich bin jetzt auch ein bisschen außerhalb der Zumpf. Ich kämpf jetzt gegen Pixel. Ja, rennt und rennt und rennt. Bei mir auch. Ach, Mann. Bitte, hör auf zu rennen. Einfach mal aufhören. Dankeschön. Dieser Server. Ich hab so US-Server da... Weißt du, er bleibt stehen, ich möchte ihn schlagen und das kommt nicht an. So eklig. Hä? Der Server ist voll am rumlegen, Mann. Ja. Und jetzt turnt er sich gleich wahrscheinlich. Ich hab meine ganze Hotbar schon fürs Futter. Bist du das? Nein, hier ist Pixel oder so. Der Pixel Life? Oh mein Gott, das ist ein Team. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ich track Rottes. Ist das Rottes und der Pixel Life? Ja, genau, genau. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Aber nicht draufgehen, du. Nur draufhauen. Mal schauen. So, ich bin hinter dir, hinter dir. Ich wusste ich. Komm jetzt. Oh, jetzt läuft der wieder weg, oder was? Es ist der eine ist hinter dir, ich bin hinter dem anderen. Ah, lol. Toll. Ich geh auf Pix. Okay, einen hab ich, ja. Ja, ich sollte den auch bekommen. Hab ihn. Okay, nice. Oh, suuuups. Ja, so. Okay, nice. Brauchst du eine Holzspitzsacke oder hast du eine? Hast du eine Spitzsacke? Iiiiih, nein, hab ich nicht. Dann hier. Hast du eine Steine? Vielleicht Steine. Einen Stein habe ich nicht. Was ist da drinnen? Rotten Flash. Ganz gut. Wollen wir es enchanten? Hier ist ein Bücher. Oh, kann man mal machen, ne? So ein Enchantentable wäre ja mal ganz nice. Hast du eine Workbench? Da kann ich uns beide in der Links machen. Kann ich machen, kann ich machen. Äh, da. Oh nein, das ist ein Tower. Äh, Stompte oder? Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Hast du noch Setzling, ne? Mh, mh. Der hat ja auch weggeschossen. Sonst hätten wir ja beim Runterspringen einen machen können. Ja, ja. Und dann fällt der auf den Baum. Das wär natürlich Next Level. Das wär echt Next Level. Da ist einer. Hat nur... Ach, das ist der Typ schon wieder. Aber das ist, aber das ist ein Tower. Ich glaub das ist auch ein Tower, ja, ja. Ich glaub da weniger Mage bin, aber da stimmt die Kommunikation von den Leuten nicht. Kann das sein? Ich glaub, äh. Ich glaub ich renne erstmal hinterher. Jaja, ich renne auch hinterher jetzt. Hä? Ah, der war Dings. Äh, checkt nun wieder. Oder? Weiß ich nicht, ist einfach weg. Aber da stand doch nix im Chat. Da stand bis im Chat. Ne. Ach. Dann, äh. Würde ich sagen. Farmen wir Eisen, oder? Ja, farmen wir Eisen. Können wir eh nix machen, wenn die alle tauern hier. Hast du Holz für Dings? Ähm. Äh, ja, ja. Ich hab 25. Ich geb dir mal die Hälfte. Ne, ne. Farmen du. Wobei? Lass zusammen fahren, oder? Ja, farmen du Dings, dann farme ich mal Stein für Öfen. Ja, ich find hier keine Eisen. Oh. Ich war trotzdem erstmal so ein bisschen. Stein. Ah, hier geht's ein bisschen rein. Ja, hier ist ne Höhle. Aber hier ist keine Eisen. Doch, da hinten rein. Ein wenig. Ja, pass auf nicht, dass die gleich alle zu dritt kommen, ne. Hm. Ist wieder Eisen. Hallo. Ähm, machst du ne Workbench? Da kommst du rausgeploppt. Ähm, so. Ähm. Sollte reichen, oder? So ne ganze Ofenfabrik. Alter. Ich hab zwölf Kuh. Fällt trotzdem einer runter. Da ist echt ein Spawner. Ja, da kann nur ein Spawner sein. Ist ja ne Mobfarm hier, ey. Oh, da ist diese. Ja. Oh, hi. Das ist ja auch. Oh ja, die haben sich mal so ein bisschen gefahren. Oh ja, die haben jetzt ein bisschen. Ja, natürlich. Die ist eh Checkpoint. Aber zwei Crits. Ja, der ist weg. Tschüss. Drei. Ja, okay. Schaff ich niemals. Oh. Was hat er geschrieben? Was hast du niemals schafft gegen uns? Der, der, der. Typ ist ja hier so ein Wasserleiner. Ja, der Typ, der hier Plays. Er kill du den erstmal. Ja, ich will den. Ist jetzt natürlich blöd. Ach ne. Ich hasse sowas eigentlich immer. Aber Leute, ihr müsst doch auch bisschen farmen. Also ihr könnt jetzt. Ja, der hat jetzt Checkpoint. Der hat glaube ich hinter uns Checkpoint gesetzt. Dreh dich mal um. Da bei dem Berg. Ja, weiß ich nicht. Ja doch, der hat das grad gesetzt. Geh mal zurück. Ich warte hier. Da wurde er runtergefallen. Ja, ich warte hier einfach. Der hat Checkpoint gemacht. Echt? Ja. Ja. Okay, dann hat der dann doch da nicht aktiviert. Irgendwo hat der den gesetzt. Keine Ahnung. 76 slash feast. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das ist aber, das ist, finde ich, die coolste Erneuerung. Ja. Soll ich mal Koordinaten lesen. Ich hasse das, wenn man das unter der Kuh platziert. Und das man dann so Milch bekommt. Ja. Kennst du das? Oh, ich hasse es. Ja, habe ich schon wieder bekommen. Jedes Mal. Muss man ausdrinken. Immer wenn ich das einmal mache. Zieht immer einen oder einen vor. Fischer man. Oder hat sie einfach die gecraftet. Das ist ein Rot-Pieber. Er ist ein Rot-Pieber. Ja. Da kommen jetzt welche. Von rechts. Man. Ja, den wir den Checkpoint nehmen und dann bewachst du. Ja, ich... Entschuldigung kurz. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. Ja, ist halt wirklich Rot. Ja. Ich hab was gesetzt. Ich hab sechs, glaube ich, sogar Enchanten, ne? Okay. Soll ich doppelte Rüstung mitnehmen, ne? Ne, musst du eigentlich nicht. Ich könnte grad gegen du. Ach so, ja, gut. Oh, oh, oh. Was von dir? Ja. Oh, ja. Mach mal. Der rennt weg. Ja. Soll ich kommen, oder? Ach nee. Ja komm, lass mal aufwechseln. Dann kann ich gegen ihn weiter. Ja, mach du. Kleiner Tauscher. Voll Iron, voll dir. Das ist auch der. Oh, scheiße. Der wird das Ding... Oh, no, 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 legit. Aber kein dir-Schwert leider drin. Das sind wir auch noch Diamants-Sachen. Ja, er wird jetzt wieder wasser unter sich setzen. So. Kann ich auch gleich voll dir. Halb. Ja, es ist ein Schwertentscheid. Ach, man bräuchte ein Lapis oder... Ja, man bräuchte ein Lapis oder... Mh, das ist 1,8. Das ist 1,8. Die müssen das mit ins Fies reinmachen. Das ist mal den MED-Shot of Doom. Pass auf. Wo bist du? Guck, dann meinst du den... Ach, da den. Ey, der war richtig knapp. Wenn du den einmal triffst, ne? Ah, noch ein bisschen weiter unten. Philipp, du hast eh genug Pfeile eigentlich. Ja, meinst du 15 noch? Ja, ist nicht dumm. Ey, das ist so ein... Da ein Tower, da ein Tower. Wow! Ich glaube... Ist er noch oben drauf? Ja, ja. Gut. Oder geh einfach... Tower dich so hoch und schieß... Oh! Er denkt sich so... Oh! Ja, das schaffe ich gleich den und den. Weil ich jetzt einfach Wasser, wenn du runterfällst. Ja. Es leckt so... Man kann sich gar nicht höher bauen. Es leckt. Er ist über dir, ne? Ja, ja. Lass ihn. Hallo! Der Stomper, glaubst du? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Lass ihn runterspringen. Wenn er mich runterschlägt, dann falle ich ins Wasser. Und wenn, hab ich auch noch einen Wassereimer. Oh! 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 Oh, das war aber gut von ihm, er war einfach Jackhammer, oh man, als ob. Ich habe versucht noch Wasser zu setzen, aber es war schon zu spät. Damit habe ich jetzt aber echt nicht gerechnet, dass er Jackhammer ist. Also ich dachte so, kann er Stomper oder so? Ja okay, aber Jackhammer, ne, damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja gut Leute, dann war es das hier jetzt mit einer Runde Hardcore Games. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, es wäre cool von euch, wenn ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben könntet, was ihr jetzt noch so mehr sehen wollt. Ob ihr vielleicht noch mal mehr Hardcore Games sehen wollt oder mehr Survival Games oder was auch immer. Einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, welchen Spielmodus ihr so am liebsten von mir feiert, beziehungsweise was ihr am liebsten von mir sehen wollt. Also ich spiele halt am liebsten mit Hardcore Games, beziehungsweise ja, eigentlich wissen alle, dass ich am liebsten Hardcore Games spiele. Aber wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare rein, was ihr denn auch so gerne noch so von mir sehen wollt. Würde ich sagen, war es das hier mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und bye! Achja, vergesst nicht bei Patrick in der Beschreibung vorbeizuschauen. Wer das nicht macht, ist ein Spasti. Tschüss! Outro